Herzlich Willkommen auf meinem YouTube-Kanal BitcoinTrading.de. In dem heutigen Video analysieren wir den aktuellen Bitcoin-US-Dollar-Chart und besprechen die neuesten Bitcoin-News und On-Chain-Daten. Also bleibt dran, es wird wie immer sehr informativ. Wir befinden uns auf dem aktuellen Bitcoin-US-Dollar-Stunden-Chart. Wie ihr sehen könnt, heute Mittag nach Bekanntgabe der CPI-Daten in den USA hatten wir einen Ausverkauf von 4%, konnten es allerdings relativ schnell erholen. Ihr wisst ja, heute am 10. Februar wurden hier nochmal die CPI-Daten vom Januar, also vom vergangenen Monat hier bekannt gegeben. Erwartet waren 7,3%. Allerdings ist hier die Inflation höher als erwartet ausgefallen mit 7,5%. Das heißt also wir haben jetzt hier die höchste Inflation in den USA seit 40 Jahren. Und allgemein ist das ja eher eine belge Nachricht, denn mit der höheren Inflation ist natürlich jetzt die Fed dann gezwungen, auch aggressiver gegen die Inflation vorzugehen. Und das hat hier natürlich schon nochmal die Angst hervorgerufen, dass jetzt hier die Zinserhöhungen vielleicht öfter stattfinden können. Vielleicht auch nicht um 25 Basispunkte nur, sondern vielleicht sogar um 50 Basispunkte pro Zinserhöhung. Und dass vielleicht die Fed schon früher ihr Bandon-Sheet beginnt abzubauen. All das sind ja eher belgische Nachrichten. Und deswegen haben wir eben diesen kurzen Ausverkauf gesehen und eben auch gesehen, dass hier der DXY Stärke gezeigt hat. Das ist ja auch ein Risk-off-Move. Wann immer wir Unsicherheit im Markt haben, zeigt er hier der US-Dollar als sicherer Hafenstärke. Aber ihr seht auch hier, der DXY wurde kurz danach hier direkt nochmal abverkauft. Und der Bitcoin hat es eben sogar geschafft, hier eine Rallye hinzulegen, der kurzen Frist und ein neues lokales Hoch hier. Bei unserem Preistil auch hier bei knapp 46.000 Dollar zu erreichen. Das finde ich hier erstmal etwas ungewöhnlich. Nach dieser Nachricht hier, nach den hohen Inflationsdaten hier höher als erwartet, hätte man eigentlich erwartet, dass jetzt der DXY sich hier stärker nochmal erholt und der Bitcoin vielleicht eher nochmal runterkommt in Richtung 42.000 Dollar und hier liegen bleibt. Das ist jetzt nicht geschehen. Das könnte einfach damit zu tun haben, dass allgemein hier jetzt schon die Maßnahmen der Fed, also die Zinserhöhung, die wir ja jetzt im März erwarten, schon eingepreist sind. Nichtsdestotrotz bleibe ich hier in der kurzen Frist vorsichtig, denn es wird jetzt auch noch abzuwarten sein, wie die Fed auf diese Daten hier reagieren wird. Ob sie jetzt sagen werden, dass sie mehr Zinsen erhöhen werden, also öfters die Zinsen erhöhen werden, ob sie sie vielleicht sogar dann um 50 Basispunkte pro Zinserhöhung erhöhen werden oder eben das Balance-Shield früher abbauen. All das könnte meiner Meinung nach dann hier nochmal der kurzen Frist dazu sorgen, dass eben dann hier die Markthernehmer doch noch Angst bekommen, wie ein Risk-Off-Move nochmal sehen, die Risk-On-Assets, also abverkauft werden und dann der DXY hier doch noch Stärke zeigt. Das bleibt also hier in der kurzen Frist jetzt noch abzuwarten. Deswegen werde ich auch jetzt hier kurzfristig noch weiterhin vorsichtig sein, aber nichtsdestotrotz, wisst ihr ja, im großen Bild auf die lange Sicht bin ich nach wie vor noch extrem bullisch, denn das große Bild hat sich hierdurch nicht verändert. Selbst wenn dann die Fed, die Zinsen etwas stärker erhöht, wird das trotzdem nichts daran ändern, dass wir hier trotzdem noch langfristig negative Realzinsen haben werden. Ihr seht ja, jetzt haben wir hier den CPI, also die Inflation bei 7,5%. Die Zinsen hier sind nahe 0%. Die 10-jährigen Staatsanleihen sind jetzt bei knapp 2%. Das heißt, wir haben hier eine Renialzins von minus 5,5% und das bedeutet, dass in der langen Sicht der Dollar weiterhin an Kaufkraft verlieren wird und deswegen werden hier alle Investoren, alle Bürger, alle Menschen nach Alternativen suchen, um ihre Kaufkraft aufrecht zu erhalten. Wir wissen ja zum Beispiel auch, in Zeiten negativer Realzinsen hat Gold sehr gut performt, darüber habe ich auch schon in einem letzten Video gesprochen, aber diese Tatsache führt uns hier auch zu einem sehr interessanten Bericht von Wells Fargo und zwar geht hier Wells Fargo davon aus, dass Bitcoin kurz vor einer Hyperadaption, also vor einer Massenadaption stehen könnte und zwar sehen wir hier jetzt noch einmal die Einführung verschiedener Technologien und was wir hier sehen, je neuer die Technologie ist, desto schneller hat diese eine Massenadaption erreicht. Das seht ihr zum Beispiel hier am Anfang, hier sehen wir das Radio, hat hier noch eine etwas flachere Kurve, wenn wir das vergleichen zum Beispiel hier mit der Einführung des Internets oder beispielsweise auch des Handys, da seht ihr, das schießt mir fast senkrecht nach oben und wenn wir uns jetzt Bitcoin als neueste Technologie noch nach dem Internet anschauen, würden wir ja eigentlich erwarten, dass sogar Bitcoin sich noch schneller verbreitet in den Massen als das Internet, aber das muss man sagen, das ist zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht der Fall und hier der Grund dafür könnte eben sein, davon geht zumindest Wells Fargo aus, dass eben die regulatorischen Unklarheiten Bitcoin momentan noch von der Massenadaption abhalten, aber sobald wir hier Anleger-Sicherheiten haben, sobald Bitcoin reguliert ist, könnte dies eben dazu führen, dass Bitcoin dann schlagartig sich hier nochmal verbreitet, wir die Massenadaption erreichen und Bitcoin dann hier sogar vielleicht noch die Adaptionsraten des Internets übertreffen, wir haben ja im vergangenen Video auch schon darüber gesprochen, dass auch Maike Saylor davon ausgeht, dass klare Regulatorien hier für Bitcoin positiv sein werden und sogar dazu sorgen würden, dass eben sogar Institutionen schneller Bitcoin adaptieren und auch investieren und das ist hier ziemlich interessant, wenn wir uns das da mal anschauen, angenommen jetzt Bitcoin wird 2022, 2023 stärker reguliert, wir haben dann regulatorische Klarheiten, Bitcoin beginnt dann mit der Massenadaption, dann könnten wir hier laut diesem Graph 2024 schon ungefähr eine Milliarde Nutzer erreichen, dass wir mehr als dreimal so viele Nutzer wie wir momentan haben, wir haben dafür schon Beispiele, zum Beispiel gibt es hier eine Umfrage in Indien und hier haben 82% der Befragten angegeben, dass sie in Bitcoin investieren werden, sobald es hier regulatorische Klarheit gibt, man muss bedenken, Indien hat hier 1,3 Milliarden Einwohner, das wäre hier dann hier schon eine große Nutzerzahl, aber kommt natürlich auch darauf an, wie repräsentativ hier die 82% der Befragten sind, nichtsdestotrotz gehe ich persönlich auch davon aus, dass wir in den kommenden Jahren hier noch deutlich mehr Nutzer im Cryptospace sehen werden und dazu kommt auch noch, dass wir in den nächsten Jahren hier noch weitere Halvings haben werden, da haben wir hier noch eine sehr interessante Grafik, schon jetzt sehen wir, dass pro Tag nur 900 Bitcoin produziert werden, aber hier Illiquide Supply nimmt um 1200 Bitcoin zu, das heißt wir sehen hier, der Illiquide Supply wächst ungefähr doppelt so schnell wie das Bitcoin Angebot und wenn wir das Ganze jetzt weiterrechnen, 2024 findet hier das nächste Halving statt, dann kommen hier nur noch ungefähr 450 Bitcoin auf den Markt, aber bis 2024, wie vorhin erklärt, könnten wir hier schon dreimal so viele Nutzer, also knapp einem Jahr der Nutzer haben, das heißt also wir sehen hier auf der einen Seite nimmt das Angebot ab durch das vierjährige Halving und auf der anderen Seite nimmt eben die Nachfrage durch die steigende Nutzerzahl stark zu und das wird meiner Meinung nach dazu führen, dass wir hier langfristig noch deutlich höhere Bitcoin-Preise sehen und dementsprechend kann dieser Effekt meiner Meinung nach eben noch verstärkt werden, wenn wir eben sehen, dass wir hier die negativen Realzinsen haben, dann werden noch mehr Menschen aus den Viert-Währungen meiner Meinung nach in alternative Währungen wie beispielsweise Edelmetalle, aber auch Bitcoin fliehen und dann wird hier einfach die Dynamik noch weiter verstärkt, dass wir einfach sehen, dass das Bitcoin-Angebot durch das Halving immer knapper wird, aber die Nachfrage immer größer durch die steigende Nutzerzahl. In diesem Zusammenhang auch interessant, heute vor elf Jahren hat Bitcoin die Ein-Dollar-Marke erreicht, seitdem bis heute also 44.000x gemacht, wir sind ja aktuell ungefähr bei 44.000 bis 45.000 Dollar und hier muss man auch sagen, für elf Jahre hätte sich niemand vorstellen können, dass Bitcoin mal in den hohen fünfstelligen Bereich aussteigt und trotzdem ist es geschehen und mit der Dynamik zwischen Angebot und Nachfrage, die wir vorhin hier besprochen haben, wenn wir jetzt nochmal elf Jahre in die Zukunft denken, wird diese Dynamik meiner Meinung nach dafür sorgen, dass wir auch Bitcoin-Preise sehen, die sich jetzt kaum jemand vorstellen kann, genauso wie sich eben hier die Investoren vor elf Jahren kaum vorstellen konnten, dass Bitcoin wirklich mal den hohen fünfstelligen Bereich erreichen wird und wir sehen auch, die Bitcoin-Wahle hier sind weiterhin sehr, sehr zuversichtlich, wir konnten sehen, dass in den letzten Wochen hier die Wahle mit 1.000 Bitcoin pro Wallet nochmal insgesamt 220.000 Bitcoin akkumuliert haben, da sind wir hier nochmal in der Grafik von Sentiment, das heißt also, die Wahle haben hier in den letzten Wochen nochmal 1,06% des gesamten Bitcoin-Supplies aufgekauft, also hier wirklich schon massive Mengen. Okay, kommen wir dann kurz noch zu einem Bitcoin-Ethereum-Shart-Update, ihr wisst ja, hier bei Bitcoin sind wir jetzt schon seit knapp zehn Tagen long, seitdem wir hier das Range High bei 38.000 Dollar gebrochen haben, sind wir hier long gegangen, dieser Trade ist hier jetzt schon ungefähr aktuell 16% im Profit und wir hatten hier auch noch den Lux-Algo-Trade, den ich ja auch am 31. Januar vorgestellt habe, hier haben wir das bestätigte Long-Signal, seit ungefähr 36.700 Dollar, dieser Trade ist aktuell auch schon 24% im Gewinn, hier, als wir diese Konsolidierung hatten in der 42.000 Dollar-Zone, haben wir das erste Mal Teilprofite realisiert und ich habe ja damals auch gesagt, ich bin hier erst dann nochmal dabei, meine Position zu erhöhen, wenn wir es schaffen hier, die letzten Tiefernhochs aus dem Markt zu holen, da haben wir das ja in dem letzten Video besprochen, wir wollten hier einen Retest auf die letzten Tiefernhochs hin, bei 43.000 Dollar und hier habe ich dann auch gesagt, dass ich nochmal meine Position erhöhe und das nächste Preis ist dann hier oben bei 46.000 bis 48.000 Dollar, dieser Strategie bleibe ich hier auch noch treu, ich möchte jetzt noch den Breakout hier sehen, in das obere Ziel hier, bei 46.000 bis 48.000 Dollar, hier werde ich dann nochmal Teilprofite realisieren, da ich hier dann nochmal eine stärkere Resistance erwarte, denn ihr seht, wenn wir hier in die Vergangenheit nochmal etwas schauen, hatten wir hier in der 46.000 bis 48.000 Dollar-Zone eine längere Seitwärtsphase, das heißt also hier haben viele Trader und Investoren eingekauft und ich könnte mir vorstellen, dass diese eben hier nochmal auf Break-Even verkaufen werden, sobald wir diese Zone erreichen, deswegen bei 46.000 bis 48.000 Dollar erwarte ich dann hier nochmal Resistance und ansonsten bei Ethereum, hier haben wir unsere Strategie in dem letzten Video schon besprochen, hier sind wir long seit ungefähr 2.790 Dollar, hier dieser Trade ist aktuell auch schon ungefähr 15% im Profit, ebenfalls hatten wir hier noch den Lux-Algo-Trade, hier wird das Long-Signal schon bestätigt seit ungefähr 2.572 Dollar, das sind also hier auch aktuell 26% und hier haben wir ja auch Teil Profit realisiert, als wir die 3.000 Dollar-Marke erreicht haben, ihr seht, das war hier die letzten Tief, wo wir auch etwas Resistance haben und wie ich es in dem gestrigen Video erklärt habe, warte ich jetzt noch, bis wir auch hier die letzten Tief-Algo-Sehr bei ca. 3.300 Dollar aus dem Markt geholt haben, ihr seht, wir bekommen hier aktuell noch etwas Resistance rein, das heißt also, was wir jetzt auch hier sehen wollen, ist dieselbe Bewegung, die wir bei Bitcoin schon gesehen haben, wir möchten jetzt hier den Breakout sehen, über die letzten Tief und Hochs, diese als Support bestätigen und dann erwarte ich hier nochmal einen weiteren Breakout in Richtung 3.600 bis 3.800 Dollar, das ist hier das letzte Cluster, hier werde ich dann auch nochmal Teilprofite realisieren. Aber wie schon erwähnt, falls jetzt hier die FED doch nochmal ihre Maßnahmen verschärft, könnte das meiner Meinung nach in der kurzen Frist nochmal dazu führen, dass hier die Markthernehmer etwas vorsichtiger werden, dass wir dann vielleicht nochmal einen Ausverkauf sehen, das heißt also, sobald wir bei Bitcoin unter das letzte Tief, also hier unter 43.000 Dollar fallen sollten, würde ich meinen Trade hier in der kurzen Frist schließen, genauso bei Ethereum, sobald wir hier unter das letzte Tief, also unter 3.000 Dollar fallen sollten, würde ich dann auch hier meinen kompletten Trade schließen, dann die Situation erst abwarten und dann nochmal nach neuen Long Entries Ausschau halten. Das war es schon wieder mit dem heutigen Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat und ich dir in diesem Video ein Mehrwert bieten konnte, würde ich mich extrem freuen, wenn du mich jetzt kostenlos unterstützt und meinem Kanal ein kostenloses Abo da lässt und die Glocke aktivierst und auf alle stellst, sodass du immer eine Benachrichtigung erhältst, wenn ich auf meinem Kanal ein neues Video uploade. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.